Hör zu, JD. Was zwischen uns passiert ist, war ein wundervoller Fehler. Und ich halte es für das Beste, wenn wir wieder zum Normalzustand zurückkehren. Das sehe ich ganz genauso. Ja, wir sehen uns morgen. Morgen. Was machst du denn? Elliot ist ein Hammer und du stehst total auf sie. Wenn du sie gehen lässt, mache ich den ganzen Tag das hier. I get knocked down, but I get up again. You never gonna keep me down. I get knocked down. Warte, Elliot. Hör zu. Ich... 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 Oh Mann, sag's endlich. Sag, Elliot, komm ins Bett und lass uns Sex haben, bis sich keiner von uns beiden mehr bewegen kann. Ja, lass uns das tun. Unglaublich, dass du mich fast hättest gehen lassen. Dafür wirst du bezahlen. Oh, das... das mache ich mit Vergnügen. Moment, ich muss noch... Ach! Alter!